Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in MTA und ja ich bin nicht alleine, sondern der Kobold ist auch da Uuuuh Ich werde es wegen der Endgummen Richtig viel Ich war eh in die Tür geschlagen Ja wir sind wieder auf unserem alten Server So erstmal hier wieder raus Mein Channel hat man den wahrscheinlich nicht gesehen aber hier haben wir schon ziemlich viel erreicht Ja wir haben zwei jetzt quasi alles und wir haben hier auch eine neue Mietswohnung die war auch billiger ist aber halt viel cooler Oh ja wir haben einen richtig fetten Parkplatz den können wir mal zeigen wie gehe ich mal raus Moment Ich bin mal draußen Jojo, komm mir auch Ach so muss man ja erst schauen ne Ja ein Haus haben ja auch oder ja Villa Ich hab doch gerade gesagt dass sie das nun haben ey sag's gleich mal Ja ich hab nicht zugehört Ja 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 danke Wer hat da so perfekt viel parkt auf meinem Auto Ich weiß nicht Cool Ja das da ist mein Auto Das da ist mein Auto Und das ist mein Motorrad aber Das da ist mein Auto und Das da ist mein Motorrad und Das da ist mein Auto Man freut mich Freut mich natürlich dass der Boah manche sind so inkompetent Und das ist mein Heli Mein Heli ist wieder da Wehe meine KG geht dadurch kaputt Ist das mein Heli? Das ist mein Heli Meine rechte linke Tür ist weg oder rechte Deine linke rechte mittlere Tür Ja guck mal meine Tür die ist weg Oh Ich stell mal ein Warte 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 ich mach mal Zu sperren ob du dann noch rein kannst Geh doch mal raus Geh doch mal raus Scheiße Das sieht irgendwie cool aus Ja Hier kommst du nicht rein Also Der liebe Robert Wusser zu 200 Stunden gewandt Jetzt Ich leider nicht Ja ja Ich geh jetzt die Tür reparieren Und hoffe dass uns keiner das Auto klappt Und ja Aber ich war halt auch im Knast Mit vier Sternen Und ich war danach auch noch im Knast Ja nach der Bahn irgendwie total witzig Wir machen es mal nicht rein Und dabei er diskonnectet ist wahrscheinlich Ja 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 kann auch sein Ja kann auch sein Ja kann auch sein Ja kann auch sein Also jedenfalls Wir haben jetzt Als gar kein Geld mehr Wir müssen jetzt In dieser Folge Leider So leid ist mir auch gut Nein es tut mir nicht leid Es geht natürlich dazu zu Müller selber Also ich bin zuerst mal wieder drauf Und krieg natürlich wieder eine Strafzeuge Ja Ey hätte ich dir sagen sollen Wir haben sie letztes auch schon geblitzt Ja Sorry Quakelenkt Neun Dollar So nicht viel Aber es ist auch ein Punkt Oh nein und nein und nein Alter Alter Aua Du Ja weh der Typ kommt rein Hey stopp warte mal Nö So ich bin jetzt nicht an die Karte Versuch wieder einzubrechen Die Leute hier auf dem Server sind so inkompetent ne Warte Alter Mann der soll sich verpissen jetzt Schon wieder am Barrieren ja Mit Der checkt von 10 maun und ich das dazu gekommen mit runter da schwächer erst auf Ja ich komme mal mit dem ähm Fakio hinterher Ich habe jetzt Sehe ja du hast da Probleme Mach mal MTA ein bisschen leiser ich schwächer komm was Oh Genau ich wollte die Erfkart Oh Hoppa Hoppa Komm mal runter ja Hast klar Komm mal Warum ist da die Polizei stehen geblieben? Keine Ahnung die will was von dir Oh Oh Fuck Bambambaa Ey ey guck mal hier ist ne No-Desmatch-Zone lass mal rumballern Haben wir jetzt nicht ganz neu gemacht oder? Ne nur einmal Ja und dadurch habe ich den zweimal verschwunden Band bekommen Ja dann fahr mal in die Karte Ich bin kurz auf den Desktop gek- Ja du Soll ich dich reparieren? Ja Weeper Ich mach beim Haus vielleicht passiert dann noch was Okay Alter das war knapp Ich war kurz auf dem Desktop aber mein Aufnahmekrogramm ist natürlich so schlau und nimmt den beiden Modus Sen auf Modus Sen Modus Sen Modus Sen Modus Sen Moduschen Moduschen Dein Aufnahmeprogramm funktioniert ja bei mir nicht Wieso auch immer Weil du schlicht Aha Ich bin was? Weil du schlicht bist Schlicht 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 Achso schlicht Schlicht Jaja schlicht Alter Achtung da steht mein Heli Hoiii Ist so ne schon geile Aufpassung Oh und einmal ist das Auto weg Welches Auto? Ah ne das wars ja ne ja Kannst du mich reparieren? Bitte? Ja ich kann dich reparieren Weeper Woh 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 Und gleich ist das Auto wieder heile Ich zauber 1 2 3 Und alle Pow Hä Woh 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 Ja super Effekt Und Pow Genau Ja Robert Robert Der meiste im Verzaubern Ja Zeitverzögerung Jaja Steht da irgendein Auto? Nicht oder? Keine Ahnung Vielleicht ein unsichtbares Bum Bum Baa So Slash Park Woh Woppa Der Kubat ist kurz AFK gegangen Hat man ja gehört Der schmeißt erstmal das Mikro weg Tschüss Mikro Ich hasse nicht Boah ich könnte ihn ja hier so ein bisschen zusammen prübeln Und er hat einen neuen Skin Ich weiß nicht ob ihr das schon gesehen habt Ich glaube nicht In einer Aufnahme Ja der liebe Kobot hat einen neuen Skin Jo Und das war es eigentlich auch schon Äh Äh Wat? Hast klar Hm Okay Ich bleib mal hier stehen Fällt man hier wieder runter? Ja. Bin ich denn da hochgekommen? Ja, wieder da. Hallöchen, welcome back. Guck mal, wo ich bin. Sieh, oh verdammt. Oh. Papa, guck mal hier. Man kann den Baum hochklettern. Echt jetzt? Ja, guck doch. Die Super-Tonel. Der ist eigentlich relativ nice. Ja komm, lass mal arbeiten gehen. Okay, fährst du? Fahrst du? Fährst du mit deinem Auto? Ich fahre mit meinem Auto. Eigentlich ist es ja mein Auto, ich hab's hier verkauft. Ja genau. Kommst du nicht rein, wegen der Laterne? Nö, musst du weiter vorfahren. Okay. Oder ich bleib einfach hier oben. Dum, 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 dum. Und hättest du mich jetzt überfahren? Nein, nein, ich hab, nein, ich hab, Alter, ich hab F gedrückt. Junge. Äh, und abschließen. Was cool ist, beim Cowboy, guck mal, ich bin einfach ultra klein. Ja, das ist super witzig. Ja, und, 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 das ist eigentlich der einzige Charakter, der nicht in den Sitz gepackt ist, wenn du mal von hinten schaust. Stimmt. Und, und deswegen hab ich auch ihn gewählt, weil er cool ist. Ja, genau. Hm, genau deswegen. Genau deswegen, und war der cool ist. Ja. Aua, mein armes Auto. Ja, das war mal cool als Auto und er dachte, es gibt ja mir mal viel Lauf. Weil er Fahrtagslos braucht, ey. Mhm. Ups, sah ich. Hier, wo war der Blitzer? Hier rechts, ne? Wenn ich jetzt hier rechts abbiegen würde, da vorne. Deswegen biegen wir natürlich links ab, wir wollen ja nicht geblitzt werden. Geblitzt. Spaß. Boah, Alter, boff. Ja, ich wollte rückwärts fahren. Warum? Na, es sieht natürlich voll cool aus, wenn ich... Nee. Ja, ist eiskalt, nee. Wow. Man muss schon sagen, der Trucker-Job, ja, wir haben den Job, der ist eigentlich ziemlich langweilig. Hm. Können ja mal Waffendealer oder so versuchen. Man muss nur die Leute anrufen und fragen, ob sie was brauchen. Ja. Könnten wir eigentlich machen, oder? Könnten wir. Wollen wir? Oh. Das war Absicht. Wollen wir? Döt, 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 döt. Wäre vielleicht was Besseres für die Zuschauer. Schule? Wolltest du erst Schule sagen? Weiß ich nicht. Nee, aber... Lass halt was anderes machen. Dreh um. Ach so, ja, okay. Nyum. Hahaha. Wie geil. Oh, Traum. Wann du die ganze Zeit genau hinter uns? Da ist ein Flugzeug. Äh, wo? War hinter uns. Ach so. Die Aufnahme geht schon 10 Minuten. Wir haben noch Zeit. Du gehst auch noch schon 10 Minuten? Hm? Du gehst auch 10 Minuten? Was? Äh, äh? Oh, das war aber... Oh, nein! Oh, da war gar nicht die Abfahrt. Oh. Geil, das da. Ich hab gedacht, das war die Abfahrt. Aber ich mein, die CIA, die hat ja richtig coole Gelände... Gelände wegen. Warum stehst du hier so blöd rum? Geh, fahr zum Waffenshop. Verfolgen die mich? Nee, bleib da stehen. Äh, Waffenshop? Waffenshop? Da kann man doch den Waffendealer-Job machen. Wirklich? Ja, wo sonst? Ja, keine Ahnung. Ich wär jetzt zum ersten gelben Punkt gefahren. Hm, der zeigt den Deal ja nur an. Jaja, deswegen. Wusste jetzt nicht, wo der ist. So. Alter. Alter, du bugst grad voll rum. Ja, das Spiel hat grad voll Frame-Einbrüche. Das mein ich doch. Wenn ich Frame-Einbrüche, einfach nur Lags. Der Server an sich. Ja, kann natürlich auch sein. Okay, sind auch ein paar hundert Spieler drauf. Also, mich wundert's. What up? Slash-Weepair mir selber. Schöpfer, die macht. Für lau. Oh, och, da hat mir ja ein lieber Typ eben eine Autoreparatur angeboten. Ist ja nett. So für 20.000. Ey, das ist ein bisschen blöd. Naja, man kann auch sagen, ist gut gemacht. Ja, für so richtige Noobs dann. Ja. Obwohl, ein Noob hat ja noch nicht mehr so viel Geld. Man kann Mechaniker werden und sein Auto selber reparieren. Sehr praktisch. Boah. Was ist denn hier los? Ja, schön ausgestiegen. Ja. Lässt natürlich meine Tür auf. Ja, ja, ja. Muss sein. Muss sein. Wie viel Geld hab ich noch? Mein Auto qualmt schon wieder. Was ist denn da los? Mein Gott, ich hab noch ganze 86 Euro. Äh, Dollar. Uuuuh. Okay, hier gibt's ihn. Warte, warte, warte. Das muss sein, das muss sein. Warte, ich guck mal eben, wie viel Geld ich noch hab. Oh, ganze 413. Ja, wir sind blank. Bis auf den letzten Pfennig. Was hast du getan? Ich hab den Zaun zerboxt. Äh, wo? Ne, da ist... Hey, guck mal. Achso, hier kann man Waffen testen. Ja, Waffen. Wie stand jetzt das doch? Hier, ich bin hier in dem... Oh, ja, ja. ...Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und da passiert gar nichts. Achso, man muss glaube ich Materialien erst kaufen. Ja, und dann werden wir doch schneller angehalten von dem Bullen. Ja, super Idee. Ja, nee, oder kann man hier drin den Job machen? Warte, ich hol mir mal Geld. Wenn du sagst, wir müssen was kaufen. Alter. So. Ganze 413 kann ich mir auszahlen lassen. Ich bin... Ach ja, hier gibt's die Waffen, die gibt's hier alle. Ja, nicht grad viel, aber... Wenigstens etwas. Ah, warte mal. Ja, ich warte mal. Eins kann ich mir kaufen. Alter, wieso liegt der da? Aha, Baseballschläger! Muss sein. Du wolltest doch, ähm... Die... Ich hab grad mal 100 Euro. Ein Dollar. Achso. Ja, hab ich mir auch einen Baseballschläger. Ja, und irgendwas zum Verteidigen muss man ja auch haben, ne? Joa. Also, äh... Wieso liegen hier die ganzen Motorräder rum? Ich weiß es nicht. Kann ich damit fahren? Jo, ich kann mit der Sanchez... Ach, ich bin kein Member. Sade. Wo bist du denn jetzt? Ja, hier auf dem Fahrgio. Achso, ja. Und wie wollen wir jetzt hier die Mission machen? Keine Ahnung. Dann machen wir einen anderen Job. Ja, aber natürlich wieder eine Voll-Chaos-Folge. Ja, klar. Immer. Ja, immer, immer. Jetzt wart doch mal auf mich. Ja, äh... Willst du nicht zu einem gelben Punkt? Geißt du mich jetzt... Jetzt steht da dein Auto rum, ja. Wo steht mein Auto rum? Ja, ähm... Ach, egal. Stimmt, ich hab mein Auto da stehen lassen. Ja, aber wenn du dich ausloggst, dann respawnt das eh bei dir zu Hause. Ja. Also, ist eigentlich egal. Respawn. Schon respawned. Okay, ähm... Wo willst du hin? Keine Ahnung. Ah, ja. Äh, klar. Fahr einfach mal los. Fahr mal mal zum gelben Punkt. Das waren wir doch gerade. Es ist gerade schon mal beibefangen. Ja, aber lass mal irgendwas Neues machen hier. Wie Hotdog-Verkäufer. Ist auch witzig mit seinem Wiener-Mobil rumfahren. Ein Cowboy geht nur langsam und cool. Und ich renne. Hallo, Obdachloser. Da gibt's nicht die Joes. Alter. Hier kannst du Viererschein kaufen. Sind die teurer geworden? Nee, du hast ja am Anfang irgendwie 9000. Ah, okay. Also, ich komm hier nicht mal raus. Äh... Was nehmen wir denn? Ja, also, hier gibt's so spielerbasiert. Das heißt... Nicht, du hast ne Reinigung. Nee, ja, das ist ein Langweich. Lass doch mal... Flughafen? Oder Hotdog-Verkäufer. Hotdog-Verkäufer? Das ist bestimmt witzig. Okay, los geht's. Ja, Hotdogs. 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 Meins? Meins? Hey. Mein Hotdog? Mein? Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Ich nehm meinen schönen, weißen, mit roten Streifen. Ja. Wo lang? Bug-Using aktiviert. Ja, hast du nicht positioniert Anzeigen gemacht? Doch. Ja, dann fahr da hin. Nee, da will ich nicht hin. Ich versuche jetzt den Berg hochzufahren. Wow. Schön gelungen. Ja, ich auch. Ja, okay, dann treffen wir uns da gleich. Wo bist du denn? Tja, ich fahr da jetzt zu der Markierung hin. Achso, ja, okay. Bist du das? Ja, das bist du nicht. Oh, hallo. Wie geil, du bist gerade genau vor mir hergefallen. So. Ne Kreuz und Klang. Wollen wir einen kurzen Cut machen? Es ist 16 Minuten. Mir egal. Ich kann auch noch länger, wenn du willst. Hallo. Ich habe nicht. Woh. Ja, du bist auch super. Wieso denn nicht? Wieso jetzt? Aktiviert. Weiß nicht. Ganz doch. Ja, YOLO, Stunt. Und dahinter geht's wieder runter. Der Cowboy geht natürlich drauf. Nee. Nee, schade. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, zum Flughafen oder so. Nee, nee, vom Flughafen. Ja, da unten hin. Oh, Frosch am Hals. Und weiter geht's los, los, los. Hä? Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Das wüsstest du gerne, ha? Ja. Da hinten, wo sonst? Bist du denn schon wieder? Aua. Dein Scheißernst? Ja. Ey, gibt's ja eigentlich in den Multiplayer auch einen Zug? Keine Ahnung. Das wäre richtig geil. So Zug klauen. Weißt du? Ey, das geht ja. Da kannst du richtig geil mitfahren. Du kannst zwar auch entgleisen, aber ansonsten ist das eigentlich relativ nice. Oder machen wir doch 20 Minuten Folge noch besser. Das ist mir doch schnuppert. Ey, wir können auch 100 Stunden Folge machen. Da braucht man ein paar Jahre zum Hochladen. Ja, und? Wir haben ja die Zeit, ne? Ja, ich hab noch die Zeit. Oh, ja. Du als Harzer. Ja, und du als Schwarzer. Alter, der war fies. Also nicht gegen mich, sondern gegen, naja. Hä? Wo müssen wir denn da hinten? Oh Junge, ich bin schon da. Ja, ich fahr hier grad falsch rum. Bissen wir hier durch die Schranke durch? Oh, hallo. Hier, da musst du rein. Guck mal, das ist schon nicht schön wieder mobil. Alter, wie geil. Der Job ist, glaub ich, geil. Aber was ist das da hinten? Du bist nur ein Hotdog-Verkäufner. Er öffnet das Hilfe-Menü für mehr Informations. Was ist das? Okay, alles klar. Also ich schätze mal, ich nehm meine Test-Done. Ja, klar. Ey, kann ich eigentlich mit einsteigen? Wär ja richtig geil. Wollen wir? Ne, ich fahr mal hier mit. Ist ja eigentlich egal. Warte, muss man da nicht Slash-Brake machen, zufällig? Ey, Slash. Ich seh gar nichts. Hoppa. Ey, kommst du? Ja. Die können dir einfach das Mobile klauen, ne? Das weißt du schon. Ja, ich weiß. Also hier... Okay, ich mach jetzt Slash-Help, weil ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, also du kannst auch F1 drücken. Das habe ich gerade gemacht. Du bist aktuell... Ich verles das mal vor. Job-Hotdog-Verkäufer. Du bist aktuell Hotdog-Verkäufer. Ab jetzt bist du selbstständig und verdienst den Geld ohne seinen Chef. Begib dich zum Bestecksymbol auf der Karte und nimm dort einen Hotdog-Wagen. Wenn du ihn im grünen Marker beladen hast, kannst du losfahren und deine Hotdogs mit Slash-Sell-Hotdog-Preis-Name verkaufen. Mit QuietJob kannst du den Job beenden. Ja, wir haben's verstanden. Ach, klar. Also wir... Okay, Hotdog beladen. Also wissen wir, was das jetzt hier ist? Lob, blablabla. Geh mal aus dem Blick. Ja, ich glaube ich... Einladen. Pro Stück 1 Dollar. Ja, dann nehme ich 11 Stück mit. Ich habe ja nur 11 Dollar dabei, ne? Alter, kostet was? Ja, man muss die bezahlen. Alter, ich kann... Äh... Und ich habe die noch nicht mal im Inventar, dass ich die selber essen könnte. Oh. Ich nehme mal 20 mit. Okay, ich... Ach, klar. Also wir müssen jetzt hier irgendwo hinfahren und Leute das Essen verkaufen. Ich gehe mal da, wo die ganzen Typen sind, mit dem Auto verkaufen und ja. Ach, klar. Ich fahre oben zum Bergwerk. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. So weit weg? Ja. Guck mal. Heiße Hotdogs. Hey. Ich schreibe was und... Ja. Äh, wie ging das nochmal? Sell Hotdog Preisname. Oh, jetzt ist er schon weg. Will essen. Okay. Hey, ich verkaufe gerade ein Hotdog. Oh, okay. Ähm, Slash. Hotdogs. Sell. 5. Sell. D-H-U. Hotdog. 27. Servel. Kati. Alter. Sell Hotdog. Ach, klar. 98. Ich habe es natürlich falsch geschrieben. Sell Hotdog. 90. Alter, fahnd ich weg. Sendt. Nein, jetzt ist aber mein Kunde weg. Es ist ein bisschen schwer, das so schnell zu schreiben. Okay. Slash. Sell. Hotdog. Hotdog. Kati. 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 98. 5. Hä? Warum geht das nicht? Ja, aber habe ich mich auch schon gefragt. Steff. Sell. Rio. Achso, ich habe den Namen falsch geschrieben. Ah, Junge, du bist auch unfähig. Kati. Ich bin so unfähig. Ja, ich auch. Nein, ich habe wieder nicht. Ja, ich habe hier... Es reicht die Leute so, wie das geht. Wie geht das? Da steht doch drin. Sell Hotdog. Nee, ich glaube hier, der wird kein... Slash Sell. Dock. Oh, das ist doch scheiße. Nein, nicht gehen. Ich fahre dir mal hinterher. Boah, ich schaue nochmal, wie das geht. Den Potenzial. So, Slash Sell Hotdog. Ah. Ja, ich habe auch... Erster Preis. Ja, genau, erster Preis. Ach, du bist auch... Ich fahre wirklich mal zum Bergwerk. Ich auch. Ach, die Folge geht schon 22 Minuten, da machen wir hier einen Cut, oder? Ja, können wir natürlich machen. Wir sehen uns also dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, MTA und Hotdog verkaufen. Schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Abonniert euch doch gerne. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Soft Space, Farqua3 bei mir noch und MTA und Pipapo und alles auf einmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.